Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute Flechtfrisuren-Video Teil 2 für euch. Allerdings diesmal nicht für die gesamten Haare, so wie beim letzten Mal, sondern nur für gewisse Partien bzw. ungefähr die Hälfte der Haare. Ich habe mir hier wieder drei meine Favoriten rausgesucht, die ich persönlich am schönsten finde und am häufigsten auch mache. Aber keine Sorge, die sind alle so easy, das bekommt ihr auch hin. Vorneweg möchte ich nur sagen, es tut mir gleich leid, falls ich vielleicht irgendwo mal meine Hände und meine Arme dazwischen habe und ihr vielleicht nicht ganz genau sehen könnt. Was ich da genau mache, liegt einfach daran, dass ich komplett ohne Spiegel flechte. Das heißt, ich sehe gar nicht, was ich mit meinen Händen mache und sehe es vielleicht nur ab und zu in der Kamera, in dem kleinen Bildschirm, wo ich mich wirklich gerade mit meinen Händen befinde. Daher bitte verzeiht es mir, falls ihr nicht alles ins Detail genau seht. Ich gebe aber natürlich mein Bestes, euch zu erklären, was ich da jetzt genau wie mache und wie das funktioniert. Allerdings sind die Schritte beim Flechten meistens eh die gleichen, daher könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen. Jetzt habe ich allerdings genug rumgequatscht. Ich würde sagen, wir legen los. Für diese Frisur trennt euch hier so eine größere Strähne an Haaren ab und den Rest macht ihr im Zopf einfach zur Seite. Danach nehmt ihr euch die oberste Strähne und teilt diese wieder in drei kleinere Strähnen ein. Dann können wir auch schon anfangen mit Flechten. Beim Butterflechten nehmt ihr jetzt immer wieder Haare mit auf und flechtet es unter Spannung und so eng wie möglich am Kopf entlang. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr ungefähr hier angekommen seid, dann nehmt ihr euch ein Haargummi und macht das Ganze fest. Da wir jetzt mit dieser Seite hier eigentlich schon durch sind, wiederholen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Hierfür trennt ihr euch auch wieder die gleiche Strähne ab wie auf der anderen Seite auch und dann flechten wir das Ganze genauso runter. Bis zum nächsten Mal. Jetzt nehmt ihr euch auch hier wieder ein Haargummi und bindet das einfach wieder zusammen. Als nächstes müssen wir diese beiden Strähnen dann nur noch hinter unserem Kopf zusammenbinden und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Das ist ein kleiner Trick, um Zopfenden zu verstecken, die man nicht sehen sollte und so bleiben die einfach wo sie hingehören, nämlich versteckt. Und damit wäre die Frisur auch schon fertig. Ich finde die Frisur ist perfekt für Tage, an denen man die Haare gerne offen tragen möchte. Allerdings keine Lust auf diese nervigen Strähnen hier vorne im Gesicht hat. Somit ist das Ganze doch perfekt, super easy und vor allem schön gelöst. Und es würde niemandem auffallen, dass ihr hier hinten zwei Zapfe versteckt habt. Für diese Frisur brauchen wir auch wieder zwei Strähnen auf beiden Seiten, aber wir fangen erstmal mit der einen Seite hier an. Dafür nehmt ihr euch hier auch wieder eine Strähne weg und teilt diese auch wieder in drei einzelne Strähnen ein. Und dann beginnen wir auch schon wieder zu flechten. Hier nehmen wir jetzt abwechselnd immer wieder ein bisschen was mit auf. Sprich einmal von oben, von hier und einmal von unten. Das Geflochtene sollte hier nicht ganz zu streng sitzen, aber auch nicht zu locker. Also findet hier ungefähr die goldene Mitte, dass es noch schön anliegt, aber nicht zu streng sitzt. Zudem flechtet ihr es nicht gerade nach hinten, sondern so etwas schräg nach unten. Wenn ihr jetzt ungefähr hier angekommen seid, auf dieser Höhe, dann flechtet ihr das Ganze einfach nur noch runter und nehmt nichts mehr mit auf. Das reicht auch wieder ungefähr so viel. Jetzt nehmt ihr euch wieder ein Haargummi und macht das Ganze fest. Eigentlich könnten wir das ja jetzt schon so lassen, aber ich habe mir einfach was anderes vorgestellt. Darum wiederholen wir das Ganze jetzt nochmal auf dieser Seite. Die Schwierigkeit ist jetzt hier, den Zopf auf die gleiche Höhe zu bekommen, wie der hier. Und ich muss das Ganze noch ohne Spiegel machen, also drückt mir die Daumen. Hm. Doch das Ganze sieht so eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr es so lassen und müsst ihr den nächsten Schritt überhaupt nicht mehr mit beachten. Keine Sorge, der letzte Schritt ist auch gar nicht mehr aufwendig. Hierzu nehmt ihr euch wieder einen Haargummi und bindet dann die beiden Strähnen eigentlich nur noch zusammen. Ich gehe dann immer noch hin und mache die einzelnen Zopfe hier wieder auf. Das könnt ihr optional machen, müsst ihr allerdings nicht. Und zum Schluss ziehe ich dann die einzelnen Strähnen wieder ein bisschen auseinander. Mir persönlich gelingt die linke Seite immer besser als die rechte. Keine Ahnung weshalb, aber ja, fällt hoffentlich keinem auf. Für diese Frisur müsst ihr gar nicht viel machen. Ihr nehmt euch einfach hier zwei Strähnen weg, macht euch einen Pferdeschwanz und schon sind wir fertig. Spaß. Ihr trennt euch einfach hierfür so ein bisschen größere Strähne ab und bindet dann den Rest im Zopf zusammen. Für mich persönlich ist es um einiges einfacher, die Haare einfach im Zopf dann nachher nach hinten weg zu binden, die ich nicht brauche, weil dann flechte ich nicht versehentlich irgendwas mit, was ich gar nicht mitflechten wollte. Ihr nehmt euch jetzt die Haare und nehmt euch hier vorne wieder so eine etwas kleinere Strähne, teilt die wieder in drei und fangt an zu flechten. Technik bleibt die gleiche, sprich immer unten drunter und rechts und links mit aufnehmen. Keine Sorge, das sieht jetzt erstmal schwieriger aus, als es wirklich ist. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr das Ganze relativ eng und fest an eurem Kopf entlang flechtet. Und natürlich so fest, dass es nachher noch angenehm für euch ist. Und kontrolliert vor allem im Spiegel nach, ob ihr alle einzelnen Strähnen mit aufgenommen habt, weil ansonsten könnt ihr das Ganze nachher nochmal aufmachen und noch ein zweites Mal machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ihr dann am Ende seid, dann flechtet ihr das Ganze einfach wieder bis zur Hälfte runter. Ja, beziehungsweise ungefähr so viel reicht. Dann nehmt ihr euch wie immer einen Haargummi und macht das fest. Als nächster Schritt trennt ihr euch dann wieder rechts und links auch so eine bisschen dickere Strähne ab, ungefähr wie die oben auch. Meine sieht jetzt ungefähr so aus. Links habe ich sie allerdings schon weggebunden, damit sie mir beim Flechten nicht gleich wieder im Gesicht hängt. Deshalb fangen wir mit der rechten Seite an und flechten die nach hinten. Für mich ist es immer ein bisschen schwieriger, vor der Kamera zu flechten, weil ich keinen Spiegel habe. Das heißt, ich kann nirgends wo reingucken. Und auf diesem mini kleinen Bildschirm erkenne ich ungefähr fast gar nichts. Das heißt, ich muss jedes Mal so nah an die Kamera ran, damit ich überhaupt was sehe. Und ich brauche nur eine Brille. Das heißt, falls es bei mir mal nicht so schön aussieht, glaubt mir vor dem Spiegel, wird es um einiges schöner. Achtet darauf, dass ihr es relativ gut und fest am Kopf entlang flechtet, damit die Strähne nachher nicht so ein bisschen abstehen. So, die rechte Seite ist fertig. Die Flechttechnik und alles bleibt immer gleich. Immer unten drunter durchlegen, aufnehmen und dann so ein kleines Stück übers Ende hinaus flechten. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch die andere Seite machen. Also bis gleich. So, wenn ihr jetzt damit fertig seid, dann sieht das Ganze so aus. Um diese Frisur für mich so ein bisschen zu perfektionieren, beziehungsweise noch fertig zu machen und abzuschließen, mache ich mir persönlich am liebsten entweder einen Zopf oder einen Dutt dazu. Das Ganze sieht dann so aus. Und so sieht es zum Schluss noch mit dem Dutt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr noch mehr Frisuren-Video sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, like, kommentiert und abonniert ganz fleißig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was soll ich denn sagen? Keine Ahnung mehr. Wann ist ein bisschen, wenn ich gucke? Autsch! Und nun machen wir noch die linke Seite oder linke Seite? Mir persönlich gelingt die rechte Seite. Meines links. Ah! Ah! Pst! Ah! 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 Weil ich hübscher bin. Ich glaube eher. Und eigentlich war auch Augenerkennung drin. Also stopp halt. Also stopp halt.